Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu Super Adventure Ports Ähm, das ist generell ein Jump'n'Run-Action-Spiel, das Ganze und es erinnert mich sehr stark an Adventure Time, ne, wenn ihr das Ganze kennt Und ja, das möchte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, ne Ich muss gerade mal gucken, ne, oh Ah, drück, ja Steuerung aussuche, äh Oh, gerade, ich renne damit und gebe damit Attacken, ne Ich nehm den Nein Oh Gott, der hat unseren Stein geklaut, ne So, nochmal Steuerung checken Ich hab das schon mal auch ein bisschen vorgespürt vorhin Aha Und auf geht das Ich find das Spiel ja so richtig geil Von der, äh, von der Zeichnung her, von den Cartoon-Grafiken, schönes Ding Wuii Oh, bamm Oh, wollen wir werfen Und, wuii Gib meinen Stein wieder, du böse Wicht Geh weg Was? Wo hast du hier los? Ja, ich hab keine Bomben mehr Ah, verdammt Generell kann man diesen Kampf nicht gewinnen, kann ich gleich schon mal sagen Ich hab das nämlich schon mal ausprobiert Und er schlägt uns ein und dann sind wir nämlich weg vom Hocker Aber ich wurde gerettet, zum Glück Dann können wir weiter uns auf die Suche machen nach unserem Freund, den Stein Der böse Mr. B Den werde ich noch das Handwerk legen, ne Mit links Oh, und auf geht das Shop und Welt Ah, okay Na, was ist denn los? So, jetzt gehen wir nochmal beim Shop kurz gucken, ne Der zieht ja auch ein Gesicht heute Ah Leute, Menschen hier B-Mart 24 Stunden geöffnet Oh, sehr schön So, und zwei Ich brauch Bomben, ne Hab ich auch Geld dabei, klar Bomben Und, und, und Noch eine Bombe, ne Und auf geht's Nächsten Abenteuer Yeah Voll geil Voll geil Voll geil Voll geil Wie mini Giraffe hier rumzuhoppeln Weee Er erinnert mich voll an Adventure Time Aber 100 pro So, Level 1 Und, und auf geht es Ups Boah, ist das denn Oh, ich wollte eigentlich ein Schwert nehmen Ah, egal Bam In deinem Gesicht Was Geht's, äh, noch ganz gut Mich anzugreifen Was Ich dachte, er wäre schon weg Geld brauchen wir auf alle Fälle Zum Kaufen Vielleicht später nochmal Ja, heute mal kein Horrorspiel Ich bin auch selber begeistert Abbala, so Ich renne ja schon Weee Noch so ein ekliges Ding Mann, ey Geht's zu gut mich zu Schlag Also Was haben wir hier so schönes Ah, Portionen Nimm mir gleich mal mit Kann ich denn die Portion nehmen eigentlich Bestimmt über die oberen Tast, ne Mal gucken Sorry, wollte ich nicht Ähm Da ist das Schwert Boah, der Grizzly, ey Guckt mich so komisch an Backdamit Längs rechts oben einer Level up Ich glaub Gesundheit nehmen wir erstmal Oh, die Giraffe, die guckt sogar hinten aus dem Rucksack raus Ich find's einfach zu geil Oh, der ist ja groß Keine Bomben mehr dabei Böse Du Geh weg Nein Ähm, 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 ähm Gelb, weg Wie Da kommt was rotes Von hässlicher ist grünes Kärchen So, grün vor allen Dingen, der war schwarz Aber grau mein ich, grau Ach, keine Ahnung Wie Bonuspunkte einsammeln Macht total viel Spaß Und Grizzly Geh weg Grizzly Nie, wie heißen die Dinge? Ah, da komm ich grad nicht drauf Ähm, 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 ich überleg grad, wie die heißen Grizzly nicht Ah Wookie Nee, Wookie ist das auch nicht Die gibt's bei Star Wars Ah, keine Bomben dabei Meine Güte Boah, Gott, das ist ja Das war eigentlich ein Faultier, ist das Ich hab mir das gerade mal richtig angeguckt So, auf den ersten Blick sieht man das nicht Bei den großen sieht man's eher Ja, das war ein Faultier Warum werde ich hier von ein Faultier angriffen Was sind das für Quallen? Geh weg Level up So, jetzt nehmen wir mal mal Stärke ein bisschen Well done Ah, ah, noch ne Krabbe Ah Sie weg Sie hat sich bei mir gerade am Gesicht festgesaugt Das geht ja gar nicht Oh, da krieg ich was mal Oh, was ist denn hier los? Die verlängern Tschüss Ich werd der Verrückte Oh, mega Qualle Was du willst Aber meine Lebensanzeige sieht noch ganz gut aus Boah, da oben sind ja zwei große Komm ich da auch hin? Die beschützen nämlich da eine Truhe Zwei Truhen sogar Wow Alter, die werfen mich hier durch die Luft Ich bring euch mal ein bisschen Benehm hierbei Und zwar, das geht so Ich hau euch aufs Maul So Noch ne Truhe hier Ich komm immer wieder auf die falsche Taste Wieso kann ich nur eine Truhe öffnen? Hallo? Ah Ja Ich komm ja schon die nächsten Oh Und Actioner Rainer Die Maul Hey, hallo Was soll das? Zwei von den großen auch noch Wenn man den nicht gleich beim ersten Mal trifft Dann hat man nämlich ein paar Probleme Ja, da komm ich ja noch nicht ran Ganz schlecht Mann, was du willst Ich hole gleich mal eine Giraffe raus Ja, das hört sich auch gut wieder komisch an heute Ich hab wirklich eine dabei Hinten im Rucksack Ja, ihr könnt mir ruhig glauben Oh, eine Rubin Warten F B Ah gut, noch eine zwei Ah, sehr schön Ach, mein Name Ich geb meinen Namen ein hier So Und wo reisen wir nun hin? Ah, zu kommen wir später Ist das ja oben für eine Tür eigentlich? Geil Komme ich erst rein mit sechs Steinen leider Voll doof Da komm ich auch noch nie rein Los, meine Giraffe Boah, die Karte ist schon ein bisschen Ja, sehr groß Generell, wie ich das auch gesehen habe Ist das Episode 1 hier Und es gibt noch Es kommt bald noch eine zweite Habe ich nur gelesen Auf der Internetseite Und in der Beschreibung auch wieder die Internetseite Damit ihr das selber zocken könnt Das Ganze ist ein Flash-Spiel Also das heißt, ihr braucht doch nichts installieren Oder irgendwas Ja gut, ein Flash-Player müsst ihr installiert haben Aber ansonsten ist alles tippitoppi Seid ihr überhaupt? Ups Ja Warum guckt der so? Man könnte jetzt auch lesen, ne? Um zu wissen, warum er so guckt Aber ach, naja Der B-Markt hat ja auch geöffnet Und zwar Bomben brauche ich auf alle Fälle Ähm Okay, ähm Was soll denn das sein eigentlich hier? Geht nur mit zwei Steinen Können wir das auch mal kaufen, ne? Ich soll doch hier mit den Leuten sprechen, ne? Anscheinend wollen die nicht mit mir sprechen, ne? Auch gut What plan's do? Meine Güte Safeng Erfolgreich gespeichert, sehr schön Ah Hier ist das nächste Level Mal gucken, wie weit ich mach Ich hab ja heute Zeit im Blick hier Level up Cool Ah, da gibt's ein neues Schwert dann Okay Da krieg ich ne andere Kappe Der Junge mit der pinken Kappe Es ist Timmy Turner Hui Mann Diese Faultiere hier Ach nö, der große schon wieder Hörn wir alle, elf, ja Ja, verzorgen, dis Hui Boah, nein Wollen die unseren Stein geklaut haben Wir waren so eine schöne, große und glückliche Familie Und jetzt sowas Sie haben Stein geklaut So was geht natürlich schon mal vorn und hinten, nicht? Boah Er ist hier in dem Gelände Boah, der ist der Die sind groß Ah Boah Jetzt wird der ganze ein bisschen komplizierter hier, seh ich gerade Ich geh mal hier nach oben weiter Ein bisschen Wieder mal Ja Boah, da kommen die Quallen schon wieder Hier, ihr könnt euch teilen Boah, gebt nochmal ein größeres Schwert Über Um die Lebensanzeige kümmere ich mich später Next Level Auf geht's Hui Ich glaub ein Mein Level zeig ich hier noch Ey, uncool Ich hab hier eine Qualle am Fuß Ah, Geld, 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 Geld Hui Oh, das wär's fast schiefgegangen Mann ey Komm ich nicht hoch Boah, Kamikaze Na, dat wird nix Oh Gott, das will Da komm ich mein Liebling hoch Wie komm ich jetzt hier am besten hoch Hä Schlecht Geh weg Wollen ich hier nicht haben Ach, scheiß Wieder ohne gefallen Ah Ich brauch ein Controller für sowas Mit Tastatur ist das scheiße Jetzt komm ich denn hier oben nicht hoch Sag mal, warum komm ich hier oben nicht hoch Ich brauch grad mal hier ein bisschen Ah, kann auch einmal so gedrückt halten Funktioniert sowas schon mal nicht Aber Ah, ich hab gedacht Das funktioniert jetzt Das funktioniert natürlich auf alle Fälle Ich komm hier nicht mal weiter irgendwie Nein Ah, ich hab noch ne Idee Ja, so wird's gemacht Oh, ich wollt grad sagen Schön doof Ach, jetzt weiß ich ja wie's geht Nein, nicht so Oh Oh Hat sich nicht mehr Bomben werfen Boah, der Scheiße Hat eine Bombe verschluckt gehabt, der Teil Ich komme Ja, nochmal ne Bombe eingesammelt Sehr schön Eingesammelt Ey, geh weg da Tschüss So Mag ich nicht Weg damit Oh Gott Lebensanzeige Schwach Und so Ne, doch nicht Ja Oh, mein Gold Mein Gold Oh Zu schnell Nein, mein Gold verloren Oh Oh ja Boah Scheiße Du kannst schön hier unten bleiben Weil du kannst nicht springen So Hoffen wir, dass er da nicht springen kann Ansonsten wird's natürlich ein bisschen scheiße Ach, da oben ist das nächste Ah Wenigstens, den kann ich ja hier mitnehmen Oh Au Gut, dann müssen wir runter Oh ja Da kriegst du auch gleich wieder Baufsmaul Ist ja schlimm hier So, da ist ein Checkpoint Hey Uncool Guck nämlich gerade Ne, können wir noch einmal bedienen, sehe ich gerade Ich komme da nicht Rüber Jetzt da Ihr seid doch wieder gemeint zu mir Das funktioniert doch nicht Braucht einen anderen Plan Ähm Mann, ey Das wollte ich doch gerade gar nicht Ah Ich drehe durch Warum geht das nicht Ach so Da oben ist es auf Das ist Complication hier ein bisschen Ich gucke gerade, wie wir es lösen können Den Sprung, den schaffe ich nicht Der ist zu weit Oder Oh Doch geschafft Ich habe gerade noch gedacht Ah Das schafft er doch bestimmt nicht Wie kommen wir jetzt hier runter So Ah Besser Juhu Du bist scheiße Boah Der wollte in die Nordkampfattacke gehen Das geht da gar nicht Und ab rein Ah Ich habe ein Schwein gefunden Äh Okay Sehr schön Los Giraffe Lass uns los B Noch ein C Hey Sei nicht traurig Das ist ein 3 Ich war immer ein 3er Schüler So Und ich würde sagen Das war es heute auch schon wieder mit Gaming with Ben Dam 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 Der Giraffe Einfach Los meine Schafe Komm mit Hey Ja dann bleibt doch halt da So was Gut und das war es heute auch schon wieder mit Gaming with Ben Ich hoffe euch hat das kleine Let's Play gefallen Unten in der Beschreibung wieder der Link drinnen zu diesem tollen Spiel Ja wenn euch das ganze auch gefallen hat Gerne Ähm Video liken Kommentieren das ganze Oben rechts wieder Abonnierbutton Einfach Rauf Smaschen Rauf Dashen Rauf Clashen Dashen 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 Und dann seid ihr auch schon abonnent Und könnt keine Folge mehr verpassen Vom Gaming with Ben Und zu neuen Spielen Da werde ich mir auch in Zukunft noch Viele schöne Spiele überlegen Und ja Was wollte ich noch sagen Ach ja Bis dahin Und bis zum nächsten Game Immer schön weiter zocken Also rein Run Napier Spielen Und On 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 D�도 conscience â woj��Rautiful Question von